Guten Abend, geschätzte Literaturfreunde, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Zur zweiten von 19 Lesungen aus Gustav Flaubert's Roman Lehrjahre der Männlichkeit herausgegeben und neu übersetzt von Elisabeth Edel. Wir befinden uns heute auf Seite 38, zweiter Absatz. Mein Name ist Helga Heinold und ich bin Ihr Vorleser. Vielleicht erinnern Sie sich. Am 15. September 1840 macht sich Frédéric Moreau per Schiff auf den Weg von Paris nach Nogent-sur-Seine und verliebt sich buchstäblich unsterblich in Maria Arnoux, die Frau des Kunsthändlers und Zeitungsherausgebers Jacques Arnoux, Besitzer des La Industrielle Boulevard Montmartre. Als frischgebackener Baccalaureus wird er in Nogent zwei Monate im Haus seiner Mutter zubringen, bevor er in Paris Jura studiert. Zumindest ist das der Wunsch seiner Mutter, die ehrgeizige Pläne für die Zukunft ihres Jungen hegt. Schließlich hat er am Collège in Sons für seine Leistungen den Ehrenpreis erhalten. Maßgeblich beteiligt an der Erlangung dieses Preises ist Charles Delaurier, Sohn eines ehemaligen Hauptmanns der Linientruppen und sowohl von seiner Veranlagung her als auch aufgrund seines sozialen Status das genaue Gegenteil Frédérics. Er ist es, der den träumenden, ja dem Lustprinzip obliegenden Freund zum Lernen anhält. Wollen sie doch gemeinsam reisen, gemeinsam wohnen und sich nie in ihrem Leben trennen. Frédéric plant, der Water Scott des französischen Geschichtsromans zu werden und Delaurier eine kritische Geschichte der Philosophie zu schreiben. Doch mit Ende der gemeinsamen Schulzeit in Sons endet auch dieser Traum. Delaurier muss Geld verdienen und übernimmt eine Stelle als Kanzlist in Troyes. Frédéric geht alleine nach Paris. Einen Tipp hat ihm Delaurier mit auf den Weg gegeben. Er soll in jedem Fall sein Jurastudium realisieren und sich um Einladungen in die oberen Kreise bemühen. Zum Beispiel bei den Arnoux und auch bei den D'Hombreus. Und sicher wäre es sehr hilfreich, der Geliebte der Frauen dieser Männer zu werden. Er solle sich ein Beispiel an Rastignac aus der menschlichen Komödie nehmen. Dann werde er sicher reüssieren. Doch in Paris wird für Frédéric alles anders als erträumt. Zwar hat er aufgrund einer Empfehlung die Möglichkeit, Herrn D'Hombreus zu treffen, aber dessen Frau bekommt er lediglich in einem blauen Coupé zu sehen, indem sie an ihm vorbeirollt. Das Studium der Jurisprudenz langweilt ihn zu Tode. Theatermuseen faszinieren ihn nicht, wie erhofft. Zwar geht er zum La Industrielle, trifft in der Galerie auch Herrn Arnoux, bekommt aber keine Einladung zu einem Empfang und hat somit keine Chance, Madame Arnoux zu begegnen. Er schreibt ihr einen zwölfseitigen Liebesbrief, in dem er sich ihr offenbart. Aus Angst vor einem Misserfolg traut er sich aber nicht, ihn loszuschicken. Verzweifelt und vereinsamt macht er sich auf die Suche nach ehemaligen Schulkameraden, trifft sich mit Martinon. Doch der lebt ganz seinem Jurastudium und hat außerdem eine Geliebte. Der Kontakt mit einem Kommilitonen, Monsieur de Sissi, der sich, wie Frederic auch, mit Zeichnen befasst, scheitert an der Schlichtheit dieses jungen Patriziers. Immer wieder steht er abends vor dem La Industrielle und beobachtet, wie sich hinter den drei erleuchteten Fenstern im ersten Stock Schatten bewegen. Einer von ihnen muss der Ihre sein. Jedes Mal, wenn er durch die Tüllerien geht, hofft er ihr dort zu begegnen. An sonnigen Tagen setzt er auf der Suche nach ihr seinen Spaziergang fort bis ans Ende der Champs-Élysées. Frauen, lässig in Kaleschen sitzend, mit dem Winde flatternden Schleiern, glitten an ihm vorüber im kräftigen Schritt ihrer Pferde, mit leichtem Geschaukel, von dem das glänzende Lederzeug knarrte. Die Wagen wurden zahlreicher, verlangsamten ihr Tempo nach dem Rampoint und füllten die ganze Fahrbahn. Mähne an Mähne, Laterne an Laterne, stählerne Steigbügel, silberne Kinnketten, Messingne, Schnallen blitzten da und dort zwischen Kniehosen, weißen Handschuhen und Pelzen, die über den Wappen auf Wagenschlägen hingen. Er fühlte sich wie verloren in einer fremden Welt. Sein Blick schweifte über die Frauenköpfe und vage Ähnlichkeiten riefen ihm Madame Arnoux in den Sinn. Er sah sie inmitten der anderen, in einem dieser kleinen Coupés, und alle glichen dem Coupé von Madame D'Ambreuse. Aber die Sonne ging unter und der kalte Wind wirbelte Staub in die Luft. Die Kutscher vergruben ihr Kinn in der Halsbinde, die Räder drehten sich schneller, der Schotter knirschte und alle Equipagen fuhren in flotten Trab. Die lange Avenue hinunter streiften sich, überholten sich, rückten ab voneinander, zerstreuten sich dann auf der Place de la Concorde. Hinter den Tüllerien wurde der Himmel schieferblau. Die Bäume im Garten bildeten zwei riesige Massen, ihre Wipfel spielten ins Violett. Die Gaslaternen entflammten und die Seine grünlich in ihrer ganzen Weite zerriss an den Brückenpfeilern in silbriges Schillern. Er ging essen, für 43 sous, als Dauergast in einem Restaurant der Rue de la Arbe. Er schaute voll Verachtung auf den alten Mahagonitresen, die fleckigen Servietten, das schmierige Silberbesteck und die an der Wand aufgehängten Hüte. Um ihn herum saßen Studenten wie er. Sie redeten über ihre Professoren, ihre Mätressen. Was scherten ihn Professoren? Hatte er vielleicht eine Mätresse? Um ihrer Ausgelassenheit zu entgehen, kam er so spät wie möglich. Speisereste lagen auf allen Tischen. Die zwei müden Kellner schliefen in irgendwelchen Ecken und der leere Saal stank nach Küche, Lampenöl und Tabak. Dann ging er ohne Eile die Straße hinauf. Die Laternen schaukelten. Lange Schlieren zitterten gelblich im Schlamm. Schatten huschten am Gehsteigrand vorüber mit Regenschirmen. Das Pflaster war schlüpfrig. Nebel sanken herab. Und ihm schien das feuchte Dunkel ringsherum dringe unendlich tief in sein Herz. Ihm plagte sein Gewissen. Er besuchte wieder die Vorlesungen. Da er keine Ahnung hatte von den behandelten Stoffen, brachten ihn schon einfachste Dinge in Verlegenheit. Er begann einen Roman zu schreiben mit dem Titel Silvio der Fischersohn. Die Sache spielte in Venedig. Der Held war er selbst, die Heldin Madame Arnoux. Sie hieß Antonia. Und um sie zu bekommen, ermordete er mehrere Edelleute, brannte einen Teil der Stadt nieder und sang unter ihrem Balkon, wo im Windhauch die roten Damastvorhänge vom Boulevard Montmartre wehten. Die allzu vielen Anklänge, die er wohl merkte, entmutigten ihn. Und er machte nicht weiter. Und sein Müßiggang wurde noch schlimmer. Nun bat er Delaurier, inständig zu kommen, mit ihm das Zimmer zu teilen. Sie würden es schaffen und sich durchschlagen mit seinen 2000 Francs Pension. Alles war besser als dieses unerträgliche Leben. Delaurier konnte Troyes noch nicht verlassen. Er riet ihm, sich abzulenken, und verwies ihn an Senegal. Senegal sei Repetitor für Mathematik, ein Mann von scharfem Verstand und republikanischer Gesinnung, ein künftiger Saint-Just, sagte der Kanzlist. Frederic war die fünf Etagen dreimal hochgestiegen. Er hielt jedoch nie einen Gegenbesuch. Er ging nicht mehr hin. Er wollte sich amüsieren. Er besuchte die Bälle an der Oper. Die lärmende Heiterkeit lähmte ihn schon in der Tür. Zudem hemmte ihn die Furcht vor finanzieller Schmach, denn er meinte, das Souper mit einem Domino verursache erhebliche Kosten. Sein großes Abenteuer. Dennoch schien ihm, als müsse man ihn lieben. Zurweilen erwachte er, das Herz voller Hoffnung, kleidete sich sorgfältig, wie für ein Rendezvous und streifte endlos durch Paris. Bei jeder Frau, die vor ihm herging oder auf ihn zukam, sagte er sich, sie ist's. Jedes Mal war es eine neue Enttäuschung. Der Gedanke an Madame Arnoux verstärkte dieses Begehren. Vielleicht würde er ihr begegnen auf seinem Weg. Und er entwarft verwickelte Zufälle, wundersame Gefahren, aus denen er sie errettete. So verstrichen die Tage in der Wiederholung ewig gleicher Vertrießlichkeiten und eingerissener Gewohnheiten. Er blätterte in Broschüren unter den Arkaden des Odeon, las im Café die Revue des Deux Mendes, ging in einen Hörsaal des Collègues de France, lauschte eine Stunde lang einen Vortrag über Chinesisch oder Volkswirtschaft. Jede Woche schrieb er ausführlich an Delorier, aß zuweilen mit Martinon, sah hin und wieder Monsieur de Sissi. Er mietete ein Klavier und komponierte deutsche Walzer. Eines Abends im Theater des Palais Royale entdeckte er in einer Proszeniumsloge Arnoux an der Seite einer Frau. War sie das? Die am Logenrand vorgezogene grüne Taftblende verdeckte ihr Gesicht. Endlich hob sich der Vorhang, die Blende verschwand. Es war eine hochgewachsene Person von etwa dreißig Jahren, verblüht, doch ihre vollen Lippen entblößten beim Lachen herrliche Zähne. Sie plauderte vertraulich mit Arnoux und klopfte ihm mit dem Fächer auf die Finger. Dann setzte sich zwischen die beiden ein blondes Mädchen, die Lieder leicht gerötet, als hätte sie vor kurzem geweint. Nun verharrte Arnoux halb über ihre Schulter gebeugt auf sie einredend und sie lauschte, gab aber keine Antwort. Frederic zerbrach sich den Kopf über die gesellschaftliche Stellung dieser zwei Frauen, schlicht gewandet in dunkle Kleider mit flachen Umliegekragen. Am Ende der Vorstellung stürzte er hinaus in die Gänge, dort drängte sich die Menge. Arnoux kam ihm gegenüber die Treppe herab, Stufe für Stufe, an jedem Arm eine Frau. Plötzlich erhellte ihn eine Gaslampe, an seinem Hut ein Trauerflor. War sie vielleicht gestorben? Dieser Gedanke quälte Frederic so maßlos, dass er am nächsten Tag zum A. Industriell lief und während er rasch einen Stich bezahlte, die vor der Auslage hingen, fragte er den Ladengehilfen, wie es den Monsieur Arnoux gehe. Der Hilfe antwortete, na sehr gut. Frederic fügte erbleichend hinzu, und Madame? Madame des Gleichen. Frederic vergaß, einen Stich mitzunehmen. Der Winter ging zu Ende. Im Frühling war er nicht mehr so traurig, bereitete sich vor auf seine Prüfung und nachdem er sie mit mäßigem Erfolg abgelegt hatte, fuhr er sogleich nach Nogent. Seinen Freund in Troyes besuchte er nicht, um sich die mütterlichen Bemerkungen zu ersparen. Dann, zu Beginn des neuen Studienjahres, gab er sein Logis auf und nahm sich am Quai Napoleon eine Zwei-Zimmer-Wohnung, die er möblierte. Die Hoffnung auf eine Einladung bei den D'Ambreuse hatte ihn verlassen. Seine große Leidenschaft für Madame Arnoux war am Erkalten. Eines Morgens im Dezember unterwegs in die Vorlesung über Prozessordnung glaubte er, in der Rue Saint-Jacques regeres Treiben zu bemerken als sonst. Die Studenten kamen aus den Cafés gerannt oder riefen einander durch die geöffneten Fenster von einem Haus zum anderen. Die Kaufleute mitten auf dem Trottoir schauten besorgt. Die Holzläden wurden geschlossen und als er in die Rue Soufflot einbog, sah er einen großen Menschenauflauf rund ums Pantheon. Junge Leute in ungleichen Rudeln zu fünft bis zu zwölft spazierten Arm in Arm und wandten sich an größere Schwärme, die hier und dort herumstanden. Hinten am Platz, dicht vor den Gittern, schwadronierten Männer in Arbeitskitteln, während Schutzmänner den Dreispitz überm Ohr und die Hände im Rücken, die Mauern entlang stapften, sodass unter ihren schweren Stritten das Pflaster dröhnte. Auf allen Gesichtern lag ein geheimnisvoller, staunender Ausdruck. Man erwartete etwas, ganz offensichtlich. Jeder hatte eine Frage auf den Lippen. Friederik fand sich plötzlich neben einem jungen, blonden Mann mit einnehmendem Äußeren, der Kinn und Schnauzbärtchen trug, wie ein Raffiné aus der Zeit Ludwig des Dreizehnten. Er fragte ihn nach der Ursache des Aufruhrs. Ich habe keine Ahnung, erwiderte der andere, und die genauso wenig. Das ist zurzeit Mode bei Ihnen. Was für ein Heidenspaß! Und er lachte schallend. Die Petitionen zugunsten der Reform, die in der Nationalgarde zur Unterschrift zirkulierten, verbunden mit der humanen Zählung, dazu noch andere Ereignisse, führten seit sechs Monaten in Paris zu unerklärlichen Zusammenrottungen, und diese wiederholten sich so häufig, dass die Zeitungen nicht mehr davon sprachen. Das hat weder Form noch Farbe, kommentierte Friederiks Nachbar weiter. Mich düngt, mein werter Herr, willkommen auf den Hund. In den guten alten Zeiten Ludewigs des Elften, ja sogar Benjamin Constant, war mehr Aufsässigkeit unter den Skolaren. Ich finde sie fromm wie Lämmer, dumm wie Würstchen, dergleichen taugt doch nur zum Krämer, tausend Teufel. Und so etwas nennt man die Schuljugend. Er breitete weit die Arme wie Frédéric Lametre in Robert Maccaire. Schuljugend, ich segne dich! Dann einen Lumpensammler anherrschend, der neben dem Prellstein eines Weinhändlers in Austern Schalen stocherte. Und du? Gehörst du auch zu dieser Schülerjugend? Der Alte hob ein abscheuliches Antlitz. Mitten im grauen Bart waren eine rote Nase zu sehen und zwei versoffene blöde Augen. Nein, eher bist du mir einer von diesen Männern mit Galgengesicht, die man hier und da mit Gold um sich werfen sieht. Oh, wirf nur, ehrwürdiger Kreis, wirf! Kauf mich mit den Schätzen Albions. Are you English? Ich weise die Gaben des Atraxerzes nicht von mir. Plaudern wir doch ein wenig über die Zollunion. Friedrich spürte, wie jemand seine Schulter berührte. Er wandte sich um, es war Martinon, ungeheuer bleich. Oh je, sagte er mit einem schweren Seufzer, schon wieder ein Aufruhr. Er hatte Angst, in Unannehmlichkeiten zu geraten, lamentierte. Männer in Arbeitskitteln vor allem machten ihm Sorge, denn sie gehörten zu Geheimbünden. Gibt es Geheimbünde, sagte der junge Mann mit Bärtchen. Das ist doch ein alter Witz der Regierung, so schreckt man die Bürger. Martinon am Martin leiser zu sprechen aus Furcht vor der Polizei. Sie glauben doch an die Polizei. Was wissen Sie schon, Monsieur, vielleicht bin ich ja selbst ein Spitzel. Und er schaute auf eine Art und Weise, dass Martinon in seiner Aufregung den Scherz zunächst gar nicht bemerkte. Die Menge schob sie weiter. Und so waren alle drei gezwungen auf die kleine Treppe zu treten, die über einen Flur hinüberführte zum neuen Auditorium. Bald teilte sich die Masse von selber. Hüte wurden gelüpft. Man grüßte den berühmten Professor Samuel Rondelon, der eingehüllt in einen dicken Gehrock, seine silberne Brille in die Luft gereckt und asthmatisch schnaufend ruhigen Schrittes daherkam, um seine Vorlesung zu halten. Dieser Mann war eine der juristischen Größen des 19. Jahrhunderts. Rival eines Zarrarie, eines Rudolf. Die neue Würde eines Père de France hatte sein Auftreten kein bisschen verändert. Man wusste, er war arm. Große Achtung umgab ihn. Doch vom anderen Ende des Platzes ertönte Geschrei. Nieder mit Guisau, nieder mit Prichard, nieder mit den Säuglingen, nieder mit Louis-Philippe. Die Menge wogte und da sie gegen das verschlossene Hoftor drängte, hinderte sie dem Professor am Weitergehen. Er stand jetzt vor der Treppe, bald erblickte man ihn auf der obersten der drei Stufen. Er sprach. Murren übertönte seine Stimme. Obwohl man ihn vorhin noch geliebt hatte, hasste man ihn jetzt, denn er verkörperte die Obrigkeit. Jedes Mal, wenn er sich Gehör zu verschaffen suchte, begann wieder das Geschrei. Mit einem ausholenden Wink forderte er die Studenten auf ihm zu folgen. Allgemeines Toben war die Antwort. Er zuckte verächtlich die Schultern und verschwand im Flur. Martinon hatte seine Position dazu genutzt, gleichfalls unterzutauchen. Dieser Feigling, sagte Frederik. Er ist vorsichtig, erwiderte der andere. Stürmisch bekundete die Menge Beifall. Der Rückzug des Professors wurde für sie zu einem Sieg. Aus allen Fenstern schauten neugieriger. Einige intonierten die Marseillaise, andere wollten zu Béranger, zu Lafitte, zu Chateaubriand, zu Voltaire, brüllte der junge Mann mit blonden Bärtchen. Die Schutzmänner mühten sich vorwärts zu kommen und sagten, so sanft sie nur konnten, Schluss, meine Herren, Schluss, gehen Sie nach Hause. Jemand schrie nieder mit den Totschlägern. Das war ein seit den September Unruhen gebräuchliches Schimpfwort. Jeder wiederholte es. Man verhöhnte die Hüter der öffentlichen Ordnung, pfiff sie aus. Allmählich wurden sie bleich. Einer von ihnen konnte nicht länger an sich halten und einen schmächtigen Jüngling aufs Korn nehmend, der ihm zu nahe kam und ins Gesicht lachte, stieß er so grob zurück, dass dieser fünf Schritt weiter auf den Rücken fiel, vor dem Laden des Weinhändlers. Alles fast im gleichen Augenblick ging er selber zu Boden niedergestreckt von einer Art Herkules, dessen Haar wie ein Bündelwerk unter der Mütze aus Wachstuch hervorquoll. Seit ein paar Minuten an der Ecke Rue Saint-Jacques aufgehalten, hatte er eine große Pappschachtel, die er trug, Spornstreichs fallen lassen und sich auf den Schutzmann gestürzt. Nun hockte er über ihm und bearbeitete sein Gesicht kräftig mit der Faust. Die anderen Schutzmänner kamen herbei. Der tolle Bursche war so stark, dass es wenigstens vier Leute brauchte, ihn zu bezwingen. Zwei packten ihn am Schlafittchen, zwei andere zerrten an den Armen, ein Fünfter pufte ihn mit dem Knie ins Kreuz und alle nannten sie ihn Räuber, Mörder, Aufrührer. Mit nackter Brust und die Kleider in Fetzen beteuerte er seine Bei Gebrüder Valenciat, Spitzen und Modewahn, Rue de Clary. Wo ist meine Schachtel? Ich will meine Schachtel wieder haben. Er wiederholte Dussardier, Rue de Clary, meine Schachtel. Er beruhigte sich freilich und mit stuischer Miene folgte er aufs Revier in der Rue Descartes. Ein Strom von Menschen begleitete ihn. Frederic und der junge Mann mit Bärtchen gingen unmittelbar dahinter, voll Bewunderung für den Comis und empört über die Rohheit der Staatsgewalt. Je weiter sie kamen, desto kleiner wurde die Menge. Die Schutzmänner blickten von Zeit zu Zeit mit grimmiger Miene in die Runde und da die Randalierer nichts mehr zu tun, die Gaffer nichts mehr zu sehen hatten, verliefen sich nach und nach alle. Passanten, denen man begegnete, musterten Dussardier und riefen ihm Schmähworte vor ihrer Tür schrie sogar, er habe ein Brot gestohlen. Diese Ungerechtigkeit steigerte den Ärger der beiden Freunde. Endlich erreichte man die Wache. Nur etwa zwanzig Personen waren übrig. Der Anblick der Soldaten genügte, sie zu zerstreuen. Friederik und sein Kamerad verlangten Kühen, nachdem soeben ins Gefängnis verbrachten. Der Posten drohte, wenn sie nicht locker ließen, werde er sie gleichfalls einlochen. Sie verlangten den Revierkommandeur, nannten ihre Namen mitsamt dem Rang als Studenten der Jurisprudenz und behaupteten, der Festgenommene sei ihr Kommilitone. Man führte sie in einen völlig kahlen Raum, wo entlang der gekalkten rauchgeschwärzten Wände vier Bänke standen. Ganz hinten öffnete sich ein Guckfenster. Dann erschien Dussardiers vier-schrötiges Gesicht, umrahmt von seinem Zaushaar mit den offenherzigen Äuglein und der platten Nasenspitze erinnerte er irgendwie an die Physiognomie eines gutmütigen Hundes. Erkennst du uns nicht? sagte Usonnet. So hieß der junge Mann mit Bärtchen. Aber stotterte Dussardier. Hör doch auf, den Dummen zu spielen, entgegnete der andere. Wir wissen, du bist wie unser einer Student der Jurisprudenz. Trotz ihres Gezwinkers durchschaute Dussardier gar nichts. Er schien nachzukrübeln. Und dann plötzlich ist meine Schachtel gefunden. Frédéric hob entmutigt die Augen. Usonnet erwiderte so die Pappschachtel, in der du deine Vorlesungsnotizen verwahrst. Ja, ja, keine Sorge. Sie wurden deutlicher mit ihrer Pantomime. Endlich begriff Dussardier, dass sie ihm helfen wollten, und er schwieg aus Angst, er könnte sie bloßstellen. Zudem verspürte er etwas wie Scham, als er sich emporgehoben sah, auf die gesellschaftliche Stufe eines Studenten, gleichgesetzt mit diesen jungen Männern, die so weiße Hände hatten. Sollen wir irgendetwas ausrichten, fragte Frédéric. Nein, danke, niemand. Und deine Familie? Wortlos ließ er den Kopf hängen. Der arme Bursche war ein Bastard. Die beiden Freunde wunderten sich über sein Schweigen. Hast du was zu rauchen? wollte Frédéric nun wissen. Er betastete sich, zog dann aus den Tiefen seiner Tasche die Überreste einer Pfeife, einer schönen Meerschaum Pfeife mit Rohr aus schwarzem Holz, Deckel aus Silber und Mundstück aus Bernstein. Seit drei Jahren bemühte er sich, ein Meisterwerk aus ihr zu machen. Sorgfältig verwahrte er den Kopf stets in einer Gamsleder Hülle, rauchte sie so langsam wie möglich, legte sie niemals auf Marmor und hängte sie jeden Abend neben sein Bett. Jetzt hielt er die Scherben in der Hand. Seine Fingernägel bluteten. Das Kinn auf der Brust, die Augen starr, der Mund offen, so betrachtete er diese Ruinen seiner Freude mit einem Blick von unsäglicher Traurigkeit. Sollen wir ihm Zigarren dalassen? Sagte Oisonet leise und suchte nach welchen. Frederic hatte bereits ein gefülltes Zigarren et wie auf den Rand des Guckfensters ausgelegt. Nun nimm schon. Adieu und Kopf hoch. Duzardier packte die zwei Hände, die sich ihm entgegen streckten. Er drückte sie überschwänglich. Schluchzen erstickte seine Stimme. Was für mich? Für mich? Die beiden Freunde entzogen sich seiner Dankbarkeit, gingen hinaus und beschlossen, im Café Tabouret beim Luxembourg miteinander zu essen. Während er das Beefsteak zerschnitt, erzählte Isonet seinem Gefährten, er arbeite für Modejournale und verfasse Reklameartikel für den A. Industriell. Bei Jacquard Nou, sagte Frederic, Sie kennen ihn? Ja, nein, das heißt, ich habe ihn gesehen, ich bin ihm begegnet. Er fragte Isonet beiläufig, ob er zuweilen noch seine Frau sehe. Hin und wieder, meinte der Bonhamian. Frideric wagte nicht weiterzubohren. Dieser Mann hatte sich eben einen ungeheuren Platz in seinem Leben erobert. Er zahlte die Rechnung für das Mittagessen, ohne dass der andere auch nur mit den geringsten Einspruch erhob. Die Sympathie war gegenseitig. Sie tauschten ihre Adressen und Isonet suchte ihn aufs Herzlichste mitzukommen bis zur Rue de Fleury. Sie waren gerade im Park. Da verhielt Arnus Angestellter den Atem, verzog sein Gesicht zu einer scheußlichen Krimasse und krähte plötzlich wie ein Hahn. So gleich antworteten ihm alle Hähne im Umkreis mit ausdauernden Kikerikis. Das ist ein Zeichen, sagte Isonet. Sie blieben in der Nähe des Théâtre Bobinot stehen, vor einem Haus, zu dem man über einen Gartenweg kam. Aus dem Dachfenster zwischen Kapuziner Kresse blickte eine junge Frau mit bloßem Kopf im Mieder und stützte beide Arme auf den Rand der Regenrinne. Guten Tag, Engelchen! Guten Tag, Herz allerliebste, rief Isonet Kusshände werfend. Er öffnete das Gatter mit einem Fußtritt und verschwand. Friederic wartete die ganze Woche. Er wagte nicht zu, ihm zu gehen, aus Angst. Es könnte so wirken, als wolle er nun seinerseits zum Essen eingeladen werden. Doch er suchte ihn überall im Cartier Latin. Er traf ihn eines Abends und nahm ihn mit auf sein Zimmer am Quai Napoleon. Sie plauderten lang, öffneten einander das Herz, Isonet strebte nach Ruhm und Reichtum am Theater. Er schrieb an stets zurückgewiesenen Wodwies-Stücken mit, hatte tausenderlei Pläne, drechselte Couplets, ein paar gab er zum Besten. Dann entdeckte er im Bücherregal einen Band von Hugo und einen anderen von Lamartin. Er ging sich in Sarkasmen über die romantische Schule. Diese Dichterlinge besaßen weder gesunden Menschenverstand noch Sprachreinheit und vor allem waren sie keine Franzosen. Er prallte mit seinen Kenntnissen und zerpflückte die schönsten Sätze mit jener gehässigen Strenge, jener akademischen Sturheit, die zum Spottneigende Menschen auszeichnet, wenn sie über ernste Kunst sprechen. Frederic war in seinen Vorlieben verletzt. Am liebsten hätte er gebrochen. Warum nicht auf der Stelle das Wort wagen, von dem sein Glück abhing? Er fragte den Literaten ins B, ob er ihn nicht bei Arnoux vorstellen könne. Die Sache war leicht und sie einigten sich auf den nächsten Tag. Isoné kam nicht zur Verabredung. Auch zu drei weiteren kam er nicht. An einem Samstag erschien er gegen vier. Um den Wagen zu nutzen, hielt er zunächst am Théâtre Francais wegen einer Logenkarte. Er ließ sich beim Schneider absetzen, bei einer Näherin, er schrieb Briefchen, bei diesem und jenem Concierge. Endlich waren sie am Boulevard Montmartre. Frederic ging durch den Laden, dann die Treppe hinauf. Arnoux erkannte ihn in dem Spiegel vor seinem Schreibtisch und während er weiterschrieb, reichte er ihm über die Schulter seiner Hand. Fünf, sechs Personen standen herum und füllten den schmalen Raum, dem ein einziges Fenster zum Hof Licht schenkte. Ein mit braunem Woldermast bezogenes Kanapé war weiter hinten in einem Alkoven sichtbar, zwischen zwei Portieren aus ähnlichem Stoff. Auf dem mit Papierkram bedeckten Kamin thronte eine bronzene Venus, zwei mit rosa Kerzen bestückte Kandelaber flankierten sie harmonisch. Rechts neben einem Karteischrank las ein Mann Zeitung im Fauteuil seinen Hut auf dem Kopf. Die Wände verschwanden unter Stichen und Gemälden wertvollen Grafüren oder Skizzen zeitgenössischer Meister versehen mit Widmungen, die für Jacques Arnoux aufrichtigste Zuneigung bekundeten. Na, immer noch wohl auf, sagte er, sich Frederik zuwendend und ohne die Antwort abzuwarten, fragte er leise wie heißt gleich ihr Freund. Dann lauter, nehmen Sie doch eine Zigarre aus der Schachtel dort auf dem Karteischrank. Der Arn Industriell, gelegen im Zentrum von Paris, war ein bequemer Treffpunkt, ein neutraler Boden, wo Rivalitäten zwanglos aufeinandertrafen. An diesem Tag sah man Antenor Brève, Porträtist der Könige, Jules Bourieux, der mit seinen Zeichnungen allmählich die Kriege in Algerien populär machte, den Karikaturisten Sombas, dem Bildhauer Vourdain, andere noch und keiner entsprach den Vorurteilen der Studenten. Ihre Umgangsformen waren schlicht, ihre Reden frei. Der Mystiker Lovaria verzapfte ein obszönes Märchen und der Erfinder der orientalischen Landschaft, der berühmte Dittmer, trug unter seiner Weste ein Strick Leibchen und fuhr mit dem Omnibus nach Hause. Anfangs war die Rede von einer gewissen Apollonie, einem ehemaligen Modell, das Bourdieu auf dem Boulevard erkannt haben wollte, und zwar in einer Dauement. Jona erklärte diese Metamorphose durch die Reihe ihrer Financiers. Wie gut sich der Kerl mit den Pariser Mädels auskennt, sagte Arnaud. Nach ihnen siehe, wenn noch etwas übrig bleibt, erwiderte der Bonhommien mit militärischem Gruß, den Grenadier nachahmen, der Napoleon seine Feldflasche reicht. Dann sprach man über das eine oder andere Bild, zu dem Apollonies Kopf gedient hatte. Die abwesenden Kollegen wurden kritisiert. Man wunderte sich über den Preis ihrer Werke, und alle klagten, dass sie nicht genug verdienten. Als ein Mann von mittlerer Größe hereintrat, den Rock mit nur einem Knopf geschlossen, die Augen lebhaft, das ganze Aussehen ein wenig verrückt. Ihr seid mir vielleicht bourgeoisie Gesellen, sagte er. Was interessiert euch das Allmächtiger? Die Alten, die malten ihre Meisterwerke und scherten sich nicht um die Million. Correggio, Murillo. Nicht zu vergessen, Pellerin, sagte Sombas. Doch ohne auf den Spott einzugehen, schwadronierte er weiterhin so hitzig, dass Arnoux gezwungen war, zweimal zu wiederholen, meine Frau braucht sie am Donnerstag. Nicht vergessen. Diese Worte führten Fredericks Gedanken wieder zu Madame Arnoux. Sicher gelangte man zu ihr über das Kabinett, neben dem Divan. Eben hatte Arnoux es geöffnet, um sich ein Taschentuch zu holen. Frederic hatte ganz hinten ein Waschbecken bemerkt. Doch eine Art Gegrummel erklang vom Kamin. Es war der Zeitungsleser in seinem Foteu. Er maß fünf Fuß, neun Zoll, hatte leicht hängende Lider, graues Haar, eine würdige Miene und hieß Regan bar. Es gibt Citoyen, sagte Arnoux, schon wieder so eine Gaunerei der Regierung. Es ging um die Entlassung eines Schullehrers. Panarin fuhr fort mit seinem Vergleich zwischen Michelangelo und Shakespeare. Dittmeyer brach auf. Arnoux erwischte ihn gerade noch und drückte ihm zwei Geldscheine in die Hand. Nun hielt Usonet den Augenblick für günstig. Könnten sie nicht vielleicht, hochverehrter Patron, einen Vorschuss? Doch Arnoux hatte sich wieder gesetzt und beschimpfte einen schmierig aussehenden Greis mit blauer Brille. Tja, wein stehen sie da, Vater Isaac. Drei Werke in Verruf und verloren und alles lacht über mich. Nun kennt sie jeder. Na, was soll ich anfangen damit? Vielleicht nach Kalifornien schicken zum Teufel? Halten sie den Mund. Die Spezialität des guten Mannes war, in den unteren Rand dieser Gemälde die Signatur alter Meister zu setzen. Arnoux weigerte sich zu bezahlen. Rüde setzte ihn vor die Tür. Dann, in ganz anderem Ton, grüßte er einen ordentragenden steifen Herrn mit Backenbart und weißer Halsbinde. Den Ellbogen auf den Fensterriegel gestützt, redete er lange mit ihm. Honig süß. Endlich schmetterte er. Mir mangelt's nicht an Unterhändlern, Herr Graf. Als der Edelmann 20 Louis-Door und, so wie er draußen war, unerträglich, diese Grand Signeurs. Lauter Schurken brummte Regon Bar. Je später es wurde, desto emsiger wirtschaftete Arnoux. Er ordnete Presseartikel, öffnete Briefumschläge, machte Abrechnungen. Als er Gehämmer aus dem Magazin hörte, lief er hinaus, um das Verpacken zu überwachen, setzte sich gleich wieder an die Arbeit und während seine Stahlfeder übers Papier kratzte, parierte er allerhand Scherze. An diesem Abend sollte er bei seinem Advokaten speisen und den Tag darauf fuhr er nach Belgien. Die anderen unterhielten sich über Tagesereignisse. Das Porträt von Cherubini, die Halbrotunde, der Beaux-Arts, die nächste Ausstellung. Pellerin schimpfte auf das Institut. Klatsch und Disput gingen durcheinander. Der niedrige Raum war so voll, dass man sich nicht Zigarren qualm wie Sonnenstrahlen durch den Nebel. Die Tür neben dem Divan ging auf und hereintrat eine hochgewachsene schlanke Frau mit so schroffen Bewegungen, dass auf dem schwarzen Taftkleid alle Berlocken ihre Uhr klimperten. Es war die Frau vom letzten Sommer aus dem Palais Royale. Der eine oder andere nannte sie beim Namen, schüttelte ihr die Hand. Isonet hatte sich endlich 50 Franc rausgeholt, die Stutzuhr schlug sieben, alles nahm Abschied. Arnaud befahl Pellerin zu bleiben und führte Mademoiselle Vardnase ins Kabinett. Frederic hörte ihre Worte nicht, sie flüsterten miteinander, die weibliche Stimme jedoch wurde lauter, seit sechs Monaten ist die Sache erledigt, ich warte immer noch. Dann war es eine Weile still. Mademoiselle Vardnase kam zurück, Arnaud hatte ihr wieder einmal etwas versprochen. Ja, ja, später, wir werden sehen. Adieu, sie glücklicher, sagte sie schon im Gehen. Arnaud verschwand flugs im Kabinett, schmierte sich Pomade auf den Schnurrbart, zog die Hosenträger hoch, um die Stege zu straffen und während er sich die Hände wusch, ich bräuchte zwei Sopraporten für 250 das Stück, à la Boucher, abgemacht? Gut, sagte der Künstler rot bis über die Ohren. Schön, und vergessen Sie nicht meine Frau. Friederic begleitete Pellerin bis ans Ende des Faubourg Poisonniere und bat um die Erlaubnis, ihn dann und wann zu besuchen. Die Gunst wurde freundlich gewährt. Pellerin las alle Werke über Ästhetik, um die wahre Theorie des Schönen zu entdecken. In der festen Überzeugung, sobald er sie gefunden hätte, schaffe er Meisterwerke. Er umgab sich mit allen erdenklichen Hilfsmitteln, Zeichnungen, Gipsabgüssen, Modellen, Stichen, und er suchte, grübelte. Er schob die Schuld auf das Wetter, seine Nerven, sein Atelier, lief durch die Straßen, um auf Inspiration zu stoßen, bebte, wenn er sie gefunden wähnte. Dann ließ er sein Werk fallen und träumte von einem anderen, das noch schöner sein sollte. Und so zerquält, von der Begierde nach Ruhm und seine Tage mit Diskussionen vergeudend, an tausend Albernheiten glaubend, an Systeme, an Kritiken, an die Wichtigkeit einer Regelung oder Reform in Kunstbelangen, hatte er mit fünfzig Jahren nicht mehr geschaffen als Entwürfe. Sein unerschütterlicher Stolz bewahrte ihn vor jeder Entmutigung, doch stets war er gereizt und in jener gekünstelten und zugleich natürlichen Exaltiertheit, die typisch ist für Komödianten. Wenn man zu ihm kam, stachen einem zwei große Bilder ins Auge und die ersten da und dorthin getupften Farbtöne bildeten auf der weißen Leinwand Flecken aus Braun, Rot und Blau. Darüber lag ein Gespinst von Kreidestrichen gleich den zwanzigmal geflickten Maschen eines Netzes. Es war ganz unmöglich, daraus klug zu werden. Pellerin erklärte das Sujet dieser beiden Kompositionen, indem er mit dem Daumen die fehlenden Teile andeutete. Eine sollte den Wahn des Nebukadnezar darstellen, die andere Nero und das brennende Rom. Friederik bewunderte beide. Er bewunderte Aktstudien von Frauen mit flatternden Haaren, Landschaften voll sturmgekrümmter Baumstämme und vor allem Fantasiestücke mit der Feder gezeichnet, in der Manier von Calot, Rembrandt oder Goya, deren Vorbilder er nicht kannte. Pellerin hielt nichts mehr von diesen Arbeiten seiner Jugendzeit, jetzt war er für den großen Stil. Er dogmatisierte über Hidias und Winkelmann mit Gewandtheit. Die Dinge rings um ihn verstärkten die Macht seiner Worte, man sah einen Totenkopf, auf dem Beetschämel, Yatagane, türkische Säbel, eine Mönchskutte, Friedrich schlüpfte hinein. Wenn er früh hingam, überraschte er ihn in seinem schlechten Gurtbett, verborgen von einem zerschlissenen Wandbehang, denn Pellerin ging spät schlafen, besuchte eifrig die Theater. Er hatte eine alte Frau in Lumpen als Bedienerin, aß in einer Garküche und lebte ohne Mätresse. Bunt zusammengelesene Kenntnisse machten seine paradoxen Behauptungen amüsant. Sein Haas auf das gemeine Volk und den Bürger ergoss sich in herrlich poetischen Sarkasmen und für die Meister hegte er so fromme Verehrung, dass diese ihn fast zu jenen empor hob. Doch warum sprach er nie von Madame Arnaud? Was ihren Mann betraf, so nannte er ihn mal einen guten Kerl, dann wieder einen Scharlatan. Frédéric wartete auf Enthüllungen. Als er eines Tages in seinen Mappen blätterte, entdeckte er im Porträt einer Zigeunerin etwas von Mademoiselle Vardnaz. Und da ihn diese Person interessierte, erkundigte er sich nach ihren Lebensverhältnissen. Sie sei, glaubte Pellerin, einst Lehrerin in der Provinz gewesen, jetzt gebe sie Stunden und versuche, für kleine Blätter zu schreiben. Nach ihrem Umgangston mit Arnoux zu urteilen, konnte man sie, so Frédéric, für seine Mätresse halten. Ach, was, der hat andere. Da fragte der junge Mann, sein Gesicht abwendend, schamrot, wegen der Niedertracht seines Gedankens, in forscher Manier, nach seiner Frau zahlt ihm doch sicher Heim. Kein bisschen, die ist anständig. Frédéric hatte ein schlechtes Gewissen und kam nun häufiger in die Redaktion. Die großen Lettern, die auf der Marmortafel über dem Laden den Namen Arnoux bildeten, dünkten ihm etwas ganz Besonderes und Bedeutungsschweres, fast eine heilige Schrift. Das breite, abschüssige Trottoir beschleunigte seinen Schritt, die Tür öffnete sich wie von allein, die Klinke glatt anzufühlen, besaß die Zartheit und gleichsam das Einverständnis einer Hand in der Seinen. Peu a peu kam er ebenso pünktlich wie Regan Bar. Jeden Tag setzte sich Regan Bar in seinen Fauteuil ans Feuer, griff nach dem National, gab ihn nicht mehr aus der Hand und äußerte seine Gedanken durch Ausrufe oder bloßes Schulterzucken. Von Zeit zu Zeit wischte er sich die Stirn mit seinem zur Wurst gerollten Taschentuch, das er auf der Brust trug, zwischen zwei Knöpfen des grünen Gehrocks. Er hat eine Faltenhose, Stiefletten, eine lange Krawatte und ein Hut mit hochgeschlagener Krempe ließ ihn schon von Weitem herausstechen aus der Menge. Morgens um acht stieg er herab von den Höhen Montmartres und trank in der Rue Notre-Dame de Victoire Weißwein. Sein Dijuner, auf das mehrere Partien wie Jahr folgten, beschäftigte ihn bis um drei. Dann lenkte er seine Schritte zur Passage de Panorama und trank Absinthe. Nach dem Besuch bei Arnoux ging er ins Estaminet Bordelais und trank Wermut. Anstatt sich anschließend zu seiner Frau nach Hause zu begeben, dinierte er häufig allein in einem Café an der Place Gaillon und verlangte Hausmannskost, etwas Bodenständiges. Schließlich zog er weiter in eine andere Billardstube und blieb dort bis Mitternacht bis eins in der Früh bis zu dem Augenblick da Gaslampe gelöscht und Fensterläden geschlossen, der erschöpfte Inhaber des Etablissements in Anfläte zu gehen. Und es war nicht der Hang zum Trinken, was den Citoyen Rangombard an dieser Orte lockte, sondern die eingefleischte Gewohnheit über Politik zu reden. Mit dem Alter hatte sein Eifer nachgelassen. Übrig war nur noch stumme Grießgrämigkeit. Bei dem ernsten Gesicht mochte man glauben, er wälze die ganze Welt in seinem Kopf. Nichts drang nach außen und niemand, nicht einmal irgendein Freund wusste, was er trieb, obwohl er nach eigener Aussage ein Maklerbüro unterhielt. Arnoux schätzte ihn offenbar gewaltig. Er sagte eines Tages zu Frederik, der kennt sich aus, Hand drauf, ein kluger Mann. Ein andermal legte ihm Regan Bar aufs Schreibpult Papiere über Kaolin Gruben in der Bretagne. Arnoux verließ sich auf seine Erfahrung. Frederik benahm sich gegenüber Regan Bar förmlicher, lud ihn sogar hin und wieder zu einem Absinth. Und obwohl er ihn für dumm erachtete, verweilte er oft eine gute Stunde in seiner Gesellschaft, denn er war, das allein zählte, Jacques Arnouxs Freund. Nachdem er zeitgenössische Meister in ihren Anfängen gefördert hatte, suchte der Kunsthändler, ein Mann des Fortschritts, den künstlerischen Anstrich zu wahren und gleichzeitig seinen finanziellen Gewinn zu vergrößern. Er strebte nach Emanzipation der Künste, nach dem erhabenen zu wohlfeilem Preis. Das ganze Pariser Luxusgewerbe geriet unter seinen Einfluss, der gut war für die kleinen Dinge und verhängnisvoll für die Großen. Mit seinem Hang der öffentlichen Meinung zu schmeicheln, brachte er geschickte Künstler auf Abwege, verdarb die Starken, erschöpfte die Schwachen und verschaffte den mittelmäßigen Ruhm. Er verfügte über sie durch seine Beziehungen und seine Zeitschrift. Junge Farbenkleckser gerieten, gierten danach, ihre Werke in seiner Vitrine zu sehen und Tapezierer holten sich bei ihm Anregungen für ihre Dekorationen. Frideric sah ihn zugleich als Millionär, als Kunstfreund, als Mann der Tat. Gewisse Dinge freilich wunderten ihn, denn der feine Herr Armut war schlau in seinem Geschäft. So bekam er irgendwoher aus Deutschland oder Italien ein in Paris für 1500 Franc erstandenes Ölgemälde und eine Rechnung über 4000 vorweisend verkaufte er es weiter für 3500 aus reiner Gefälligkeit. Einer seiner üblichen Tricks mit den Malern bestand darin als Draufgabe eine verkleinerte Kopie ihres Bildes zu verlangen unter dem Vorwand er wolle davon einen Stich herausbringen. Jedes Mal verkaufte er die Kopie, niemals erschien der Stich. Wer sich über Ausbeutung sagte, dem antwortete er mit einem Knuff in dem Bauch. Ansonsten ein trefflicher Mensch, geizte er nicht mit Zigarren, duzte Unbekannte, begeisterte sich für ein Werk oder einen Mann und dann sich kaprizierend, keine Kosten scheuend, wucherte er mit Geränne, Schreibereien, Reklame. Er selbst hielt sich für anständig und in seinem Mitteilungsbedürfnis erzählte er arglos von diesen Unredlichkeiten. Einmal, um einen Kollegen zu ärgern, der eine andere Zeitschrift für Malerei mit einem großen Festmahl einweite, bat er Friederik kurz vor dieser Zusammenkunft unter seinen Augen Kärtchen zu schreiben, mit denen man die Gäste wieder auslud. Das ist nicht ehrenrührig, verstehen Sie? Und der junge Mann wagte nicht, ihm diesen Freundschaftsdienst abzuschlagen. Als Friederik am nächsten Tag mit Isonet ins Büro trat, sah er durch die Tür, jene, die zur Treppe hinausführte, den Saum eines Kleides verschwinden. Er bittet tausendmal um Verzeihung, sagte Isonet, hätte ich geahnt, dass Frauen hier sind. Och, das war ja nur die meiner, erwiderte Arnoux. Sie hat mir en passant einen kleinen Besuch abgestattet. Wie bitte? sagte Friederik. Na sicher, und jetzt geht sie wieder nach Hause. Der Reiz aller Dinge ringsum verpuffte mit einem Schlag. Was er dunkel gespürt hatte, war soeben zerronnen oder vielmehr nie dagewesen. Er empfand unendliches Befremden und etwas wie Schmerz über einen Verrat. Arnoux wühlte lächelnd in seiner Schublade. Mokierte er sich über ihn? Der Kommi legte einen Stoß feuchter Blätter auf den Tisch. Die Plakate rief der Händler. Heute wird's spät mit dem Abendessen. Regan Barr griff nach seinem Hut. Sie verlassen mich? Sieben Uhr sagte Regan Barr. Frédéric folgte 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 An der Ecke Rümer Martre wandte er den Kopf. Er blickte zu den Fenstern im ersten Stock. Und er lachte in seinem Innern aus Mitleid über sich selbst bei dem Gedanken, mit wie viel Liebe er so oft da hinauf gestarrt hatte. Wo also lebte sie? Wie konnte er ihr begegnen? Einsamkeit klaffte wieder rund um sein Begehren. Das stärker war denn je. Wollen Sie sie nehmen? sagte Regan Barr. Wen nehmen? Die Schnapspulle. Und seinen Obsessionen nachgebend folgte ihm Frédéric ins Istaminé Bordlé. Während sein Gefährte auf die Ellbogen gestützt die Karaffe anglotzte, wanderte sein Blick nach links und nach rechts. Da entdeckte er Pellerins Profil draußen auf dem Trottoir. Rasch klopfte er gegen die Glasscheibe und kaum saß der Maler da. Da fragte ihm Regan Barr, warum man ihn denn nicht mehr zu sehen bekam im Art industriell. Lieber verrecke ich, als dass ich da noch mal hingehe. Ein Ignorant ist das, ein Bürger, ein Schuft, ein Halunke. Diese Beschimpfungen schmeichelten Friedericks Zorn. Und doch verletzten sie ihn. Er fand ein wenig treffen sie auch Madame Arnoux. Was hat er ihnen denn getan, sagte Regan Barr. Pellerin stampfte mit dem Fuß auf den Boden, schnaubte geräuschvoll, statt einer Antwort. Er fabrizierte Schwarzarbeiten, wie etwa zweifarbige Kreideportraits oder Pastici, großer Meister für wenig bewanderte Kunstliebhaber. Und da ihn diese Arbeiten demütigten verschwieg er sie normalerweise. Aber dieser Dreckskerl Arnoux rieb ihn zur Weißklub. Er machte sich Luft. Einen Auftrag entsprechend, bei dem Frederik Zeuge gewesen war, hatte er ihm zwei Bilder gebracht. Der Händler erlaubte sich Kritik. Er hatte die Komposition gerügt, die Farbe und das Zeichnerische, ja vor allem das Zeichnerische. Kurzum, wollte sie nicht nehmen, um keinen Preis. Aber genötigt durch die Fälligkeit eines Wechsels hatte Pellerin sie dem Juden Isaak überlassen und vierzehn Tage später verkaufte Arnoux sie eigenhändig an einen Spanier für 2000 Franc. Keinen zu weniger, so eine Spitzbüberei und der macht noch ganz andere Sachen, weiß Gott. Eines schönen Tages sehen wir ihn vor dem Schwurgericht. Sie übertreiben, sagte Friederik zaghaft. Zum Kuckuck, ich übertreibe, schrie der Künstler und schlug krachend mit der Faust auf den Tisch. Dieser Ausbruch machte den jungen Mann wieder selbstsicher. Gewiss könne man sich freundlicher benehmen. Indes finde Arnoux diese beiden Gemälde schlecht. Sagen Sie es doch. Kennen Sie die Bilder? Verstehen Sie was davon? Wissen Sie was, mein Kleiner? Eins kann ich nicht ausstehen. Dilettanten! Das ist alles nicht meine Sorge, sagte Frideric. Was liegt Ihnen überhaupt daran, den zu verteidigen? entgegnete Pellerin kaltblütig. Der junge Mann stritte also, ich bin nun mal sein Freund. Geben Sie ihm einen Kuss von mir! Guten Abend! Und der Maler zog wütend davon, ohne wohlgemerkt von seiner Zeche zu reden. Frideric hatte, als er Arnoux verteidigte, sich selbst überzeugt. In der Hitze seiner Rätseligkeit überkam ihn Mitgefühl für diesen klugen und guten Mann, den seine Freunde verleumdeten und der jetzt noch arbeitete, ganz allein, verlassen. Dem merkwürdigen Bedürfnis, ihn auf der Stelle zu sehen, widerstand er nicht. Zehn Minuten später öffnete er die Tür zum Geschäft. Arnoux werkelte mit seinem Komi an riesigen Plakaten für eine Gemälde Ausstellung. Schau an, was führt Sie denn nochmal her? Diese harmlose Frage brachte Friederik in Verlegenheit. Und da er nicht wusste, was er antworten sollte, erkundigte er sich, ob man nicht zufällig sein Notizbuch gefunden habe, ein kleines Notizbuch aus blauem Leder. Verwahren Sie darin Ihre Briefe von Frauen? sagte Arnoux. Friederik errötete, wie eine Jungfrau, wehrte sich gegen solch eine Unterstellung, also ihre Gedichte, erwiderte der Händler. Er wirtschaftete mit den ausgebreiteten Probedrucken, erörterte Formfarbe um Randung, und Friederik spürte, wie seine grüblerische Miene ihn immer stärker reizte, und vor allem seine über die Plakate wandernden Hände, feiste Hände, weichlich mit flachen Fingernägeln. Endlich erhob sich Arnoux, und während er sagte, so, erledigt, fasste er ihn vertraulich unter das Kinn. Diese Plumpheit missfiel Friederik. Er wich zurück. Dann setzte er den Fuß über die Schwelle des Büros zum letzten Mal in seinem Leben, glaubte er. Selbst Madame Arnoux war irgendwie beschädigt durch ihres Mannes Vulgarität. Noch in der gleichen Woche erhielt er seinem Brief, mit dem Delaurier ankündigte, er komme am nächsten Donnerstag nach Paris. Nun klammerte er sich mit aller Kraft an diese verlässlichere und höher stehende Bindung. Ein solcher Mann war so viel wert wie alle Frauen. Fortan brauchte er niemand mehr. Keinen Reganbar, keinen Pelerin, keinen Usonnais. Um seinen Freund besser unterbringen zu können, kaufte er eine eiserne Schlafstadt, einen zweiten Fauteuil, teilte sein Bettzeug und am Donnerstagmorgen hatte er sich gerade angekleidet, um Delaurier entgegenzugehen. Da klingelte es an der Tür. Hereintrat Arnoux. Einwortlos. Gestern habe ich aus Genf eine schöne Forelle geschickt bekommen. Wir zählen heute Abend auf Sie, pünktlich um sieben. Rue de Faisal, Nummer 24 bis Vergessen Sie es nicht. Frederic musste sich setzen. Ihm wandten die Knie. Immer wieder sagte er sich endlich, endlich. Dann schrieb er an seinen Schneider, seinen Hutmacher, seinen Schuster und er ließ die drei Kärtchen durch drei verschiedene Boten zustellen. Der Schlüssel drehte sich im Schloss und der Concierge erschien einen Koffer auf der Schulter. Als Frederic Delaurier erblickte, begann er zu zittern, wie eine Ehebrecherin unter dem Blick ihres Gatten. Was ist denn mit dir los, sagte Delaurier? Du hast doch sicher meinen Brief erhalten. Frederic fehlte die Kraft zum Lügen. Er breitete die Arme aus und warf sich ihm an die Brust. Dann erzählte der Kanzlist seine Geschichte. Sein Vater hatte die Abrechnung über sein Erbteil verweigert, weil er sich einbildete, derlei Abrechnungen verfielen nach zehn Jahren. Doch sehr gut in Prozessordnung hatte Delaurier ihm schließlich das gesamte mütterliche Erbe abgetrotzt, 7000 Fr. Netto. Die trug er nun bei sich in einer alten Brieftasche. Die sind Reserve für den Notfall. Ich muss mich drum kümmern, sie anzulegen und auch mir eine Alter Junge. Och, mach dir keine Umstände, sagte Frederik. Wenn du heute Abend vielleicht was Wichtiges vorhast, na hör mal, ich wär ja ein elender Schuft. Dies zufällig hingeworfene Schimpfwort traf Frederik mitten ins Herz, wie eine verletzende Anspielung. Der Concierge hatte auf dem Tisch beim Kamin Koteletts, Galantin, eine Languste, ein Dessert und zwei Flaschen Bordeaux angerichtet, ein so feiner Empfang, rührte Delorier. Du behandelst mich ja wie ein König, meine Güte. Sie plauderten über ihre Vergangenheit, über die Zukunft, und von Zeit zu Zeit fassten sie einander bei den Händen über den Tisch hinweg und schauten sich eine Weile ergriffen in die Augen. Aber da brachte ein Bote den neuen Hut. Delorier bemerkte laut, wie sehr das Futter glänzte. Dann mit dem Frack, den er frisch aufgebügelt hatte. Man könnte meinen, du heiratest, sagte Delorier. Eine Stunde später präsentierte sich ein dritter Mensch und zog aus einem großen schwarzen Sack ein paar herrliche Lackstiefel. Während Frederik sie anprobierte, betrachtete der Schuster spöttisch das Schuhwerk des Provinzlers. Monsieur brauchen nichts? Danke, erwiderte der Kanzlist und schob seine alten Schnürschuhe unter den Stuhl. Diese Demütigung genierte Frederik. Er zögerte sein Geständnis hinaus. Schließlich rief er, als käme ihm ganz plötzlich ein Gedanke. Ach, Sapperlotte, fast hätte ich's vergessen. Was denn? Heute Abend diniere ich in der Stadt. Bei den Dombreus. Warum erzählst du in deinen Briefen nie von ihnen? Es sei nicht bei den Dombreus, sondern bei den Arnoux. Du hättest mich verständigen müssen, sagte Delorier. Ich wäre einen Tag später gekommen. Unmöglich, erwiderte Frederik Schroff. Sie haben mich doch erst heute Morgen eingeladen, gerade vorhin. Und um seinen Fehler wieder gut zu machen und seinen Freund abzulenken, löste er die verhedderten Schnüre und dessen Schnüre, und dessen Koffer räumte alle seine Sachen in die Kommode, wollte ihm sein eigenes Bett geben, in der Holzkammer schlafen. Dann gegen vier begann er mit Ankleidevorbereitungen. Du hast noch Zeit, sagte der andere. Schließlich zog er sich an und verschwand. So sind die Reichen, dachte Delorier. Und er ging zum Essen in die Rue Saint-Jacques bei einem kleinen Gastwirt, den er kannte. Soweit heute die zweite Lesung. Die dritte findet am 23. Februar statt in der Lenkfälschen Buchhandlung. Aber bevor ich ganz aufhöre, möchte ich mich bedanken bei Hilde Gundlar, bei Sandra Heinig, bei Viviana Korn und bei Markus Grottschek, den vier guten Geistern der Lenkfälschen und bei unserem Bild- und Toningenieur Stefan Deistler. Die fünf und die Literaturfreunde der Lenkfälschen ermöglichen diese Lesung. Mein Name ist Helge Heinold. Kommen Sie gut weiter, bleiben Sie gesund und bleiben Sie gelassen in diesen wirren Zeiten. Danke. und die Die